Hallo, leidenschaftliche Fans von Borussia Mönchengladbach. Wir haben eine Nachricht, die unser Team beeinflussen könnte. Bevor wir das Video starten, möchten wir euch bitten, unseren Kanal zu abonnieren, um exklusive Nachrichten aus erster Hand zu erhalten. Los geht's! Der Sohn des renommierten ehemaligen französischen Verteidigers Lilian Thuram ist heute in Mailand, Italien, angekommen, um medizinische Untersuchungen durchzuführen und seinen Wechsel zur Inter abzuschließen. Der italienische Verein hat einen harten Wettbewerb mit dem AC Mailand um die Vorliebe des 25-jährigen Spielers gewonnen. Thuram, der sich bei uns im Borussia Mönchengladbach ausgezeichnet hat, wird voraussichtlich einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen und zu einer der Schlüsselfiguren in der Offensivabteilung der Nerazzurri werden. Es ist eine große Chance für ihn, seine Entwicklung als Spieler fortzusetzen. Es ist erwähnenswert, dass der Transfer kostenfrei erfolgen wird, was für die Inter als ein gutes Geschäft angesehen werden kann. Das Talent und die Fähigkeiten von Marcus Thuram werden sicherlich in unserem Kader fehlen, aber wir wünschen ihm viel Erfolg auf seinem neuen Weg. Eine Gruppe italienischer Fans begleitete die Ankunft des Franzosen und schenkte ihm einen Schall des italienischen Clubs, was die Begeisterung und Unterstützung der Nerazzurri-Fans zeigt. Hinterlasst eure Meinung zu den Nachrichten in den Kommentaren und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.